Hier das Topmodell in Aktienzweiß mit Doppelbauder, Linausstattel und dem aktuellen passenden Dach dazu. Da sehe ich auch schon einige Interessenten. 22 habe ich hier gehalten. 22 und 24.25, 24.25, 24.25, 24.25, 24.25 und jetzt wieder zurück. 24.25 und auch 24.25, 24.25 und online. 25 und 1, 25 und 3, 25 und 5. Jetzt nochmal nach hinten 7, 25.000 auf 27.800 Euro, direkt hinterher, 26.5, 26 und die 7, 26, 7, 9, 26 und die 9, gehalten, 27 und die 1, 27.800 Euro, weiter dabei, einmal hat er hier den Arm gehoben, 28.000, dann sagt er nein. Okay, 28, 10, beiden werden hier im Dschembruch, 28.01 und 100 Euro, zum ersten, 28.01, zum zweiten, 28.100, zum dritten, verkauft. Gratulation, ich denke, dass es gerne ein Applaus wird.